Jetzt sehen wir die Tennisplätze. Das ist der höchste Platz. Hier jetzt vom Club, hier sieht man von oben her, kann man den ganzen Club überblicken. Hier ein Tennisfeld nach dem anderen und ganz oben ist die Tennisbar. Da hat man dann Ausblick über den ganzen Club. Das war's für heute.